Liebe Zuschauer, ich melde mich aus Pilsen, der Kulturhauptstadt Europas 2015. Pilsen feiert in diesem Jahr mit mehr als 600 verschiedene Veranstaltungen, Theater, Konzerte, Ausstellungen. Das Projekt trägt zur Werbung und natürlich auch zur Weiterentwicklung der West-Bohomischen Metropole Band. Lernen Sie die Bauneckmähler, interessante Orte und natürlich die Pilsen erkennen. Es lohnt sich. Musik 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 Ať si chodí za mou milou roce, Plzeňská Vyš, převišuje kopce, ať si chodí za mou milou roce, je, je, převišuje. Je, 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 převišuje. Wir brauchen Geld. Was werden wir heute machen? Die Zuckervabrzejí je nám nedo. Das ist doch erste Phase. Und was terbot? Terbot? Ermorre. Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen in Pilsen, která zatumová 4C TV kanál. Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen in Pilsen, která zatumová 4C TV kanál.